Viele unserer Kunden sind softwaremäßig sehr gut ausgestattet. Sie haben auch Spitzenteams, die diese Software natürlich sehr gut bedienen können und können dann das Maximal aus dieser Software rausholen. Allerdings haben die ein Problem, sie tun sich ein bisschen schwer damit, diese Software in die Breite zu bekommen. Das heißt, dass sich zum Beispiel der Polier, der auf der Baustelle ist, Informationen ins Modell reinbekommt und der muss jetzt so eine Software öffnen, die er nur alle zwei Monate bedient. Da tut er sich natürlich sehr schwer damit. Und dafür haben wir hier eine gute Lösung mit dem Produkt Design. Hier hat man nämlich die Möglichkeit, sogenannte Formulare zu machen. Wir haben hier ein kleines Beispiel. Das heißt, wir haben hier jetzt einen Rohbau. Wir isolieren uns den Rohbau, schauen uns ins Untergeschoss, also auf eine bestimmte Planebene und auf diesem Plan haben wir Stützen dargestellt. Wir markieren diese vier Stützen. Diese vier Stützen, da soll eine Fertigmeldung von der Baustelle ins Modell kommen. Das lösen wir über so ein Formular, indem wir einen QR-Code erzeugen. Dieser QR-Code, der wird anschließend auf den entsprechenden Plan mit draufgesetzt. Man sieht es hier unten rechts. Sie können es auch gerne mal testen auf der rechten Seite. Und über diesen QR-Code werden Informationen mit übermittelt. Das heißt, der Bauleiter vor Ort scannt sich dieses Formular ein, plattformunabhängig, gibt Informationen ein, wie den Fertigstellungsgrad, den Autor und auch das Datum der Informationseingabe. Und dann schickt er diese Informationen ab. Das heißt, diese Informationen werden anschließend in einer Datenbank gespeichert. Und diese Datenbank, die können wir wiederum hier ins Design einbinden. Also wer hat die Möglichkeit, eine MSSQL, SQLite oder eine MySQL-Datenbank sich zu verbinden, verbindet sich mit diesem Server und öffnet diese Datenbank im Design. Wenn diese Datenbank dann geöffnet wird, schaut man sich einfach nur diese Informationen an. Und dann habe ich eine Möglichkeit, wie ich ohne große Software, also der Bauleiter braucht einfach nur sein Smartphone mit einem QR-Code-Scanner. Er kann diese Informationen ganz einfach über dieses Formular eingeben, also auf die firmeneigenen Prozesse zugeschnitten. In Zusammenarbeit mit den Personen, die dieses Formular nutzen, wird das zerstellt. Und diese Person, also diese technischen Abteilungen dann der Firmen, die wieder im Büro sitzen, die haben praktisch einen Echtzeitzugriff, was auf der Baustelle passiert. Und da bietet die Seite eben eine Riesenmöglichkeit, wie man diese Software auf seine eigenen Prozesse anpassen kann und nicht genau anders drin.